Hallihallo, hier ist auch schon wieder euer Ben, willkommen zurück zu einer neuen Folge Gaming of Ben und willkommen zurück zu einem neuen spektakulären Video meinerseits einmal Tormonted Souls, die Demo-Version, die man aktuell sich kostenfrei downloaden kann auf Steam und das Spiel soll später erscheinen für die Playstation 5, Xbox Series X und S und natürlich auch für den PC, also das ist jetzt gerade hier die PC-Version und ich bin schon sehr gespannt, was mich erwarten wird wir haben es hier 30 Grad in der Wohnung, ich schwitze die ganze Zeit und ich habe mir gedacht, hey, so ein Horrorspiel als Abkühlung, das ist auch eine richtig prickelnde Idee habe ich mir sogar gedacht, deswegen gehen wir mal auf Start Game Es hat zwei Wochen seitdem ich das Buch bekommen habe, von der Wildberger Hospital aber seitdem, ich habe nicht gut gemacht ich kann nicht aus meiner Kopf die Bildung der kleinen Mädchen, ich kann nicht schlafen und wenn ich kann schlafen, ist es nur um schlafen zu schlafen, ich muss wissen, was passiert was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich gehe zu den Wildberger Hospital in hopes of finding some answers about this strange photo, ich muss wissen, was ist Ge PERFORTAGE! Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das ist ja ein toller Ausflug Geknebelt ausgezogen und irgendwie einen Schlauch in den Hals gesteckt Okay, alles klar Darauf war ich noch nicht so gefasst gerade in dem Moment Das ist ja auch ganz schön, ne? Also wir sind jetzt hier irgendwo in einem alten Krankenhaus Und Alter, das sah so großartig aus, das Krankenhaus Da war ich nie reingegangen Ich glaube, ich lauf aus Ich glaube, ich lauf aus hier die ganze Zeit so Gottes Willen, ist das warm Augenlicht auch noch verloren Alles klar hier Ja gut, mit der Steuerung ist ein bisschen tricky Da muss ich erstmal klarkommen mit Ah, Taschenüber, okay Ich stelle noch irgendwas drauf, ja Okay Achso, und da brauche ich einen Code für Für die andere Seite, okay Da brauche ich einen Code für Habe ich nicht Klar, der Henkel ist natürlich weg Wie soll es auch an der Seite Warum auch nicht Und der Henkel ist bestimmt nachher da drin So, das heißt, ich brauche natürlich erstmal den Code Was ist das hier? Ah Ein Buch 0,3 Das ist schon mal ein guter Anfang Boah, das läuft immer nur auf der einen Seite hier runter Es läuft immer nur von hier Wie so ein Wie so ein Wie so ein Wie so ein Wasserfall Ach nee, wie so ein Wie eine Regenrinne meine ich hier Wie eine Regenrinne Es läuft immer Keine Ahnung von hier So Es ist fürchterlich Es ist fürchterlich Aber auch das warme Wetter hält ein Zocker nicht ab Zu zocken Ich habe eine 3 gefunden Mit zwei Geburtsurkunden Da es ja zwei Mädchen sind Und es steht eine 3 jetzt drin So gesehen Denke ich mal 0,2 0,3 Erstmal Das ist gerade der erste Plan Wie weniger sind das überhaupt Ah, es wäre zu einfach Ja, würde zu einfach sein Okay, alles klar Hätte ich mir schon gedacht Das dreht sich so blöd gerade Also 5,5 5,5 1,5 Ist okay Was sind denn Das sind ja denn 12,35 12,35 Passt das Es ist so warm Dass mein Gehirn schon Ach Quatsch Was mache ich denn hier Das hat ja funktioniert Ich bin ein Genie Obwohl mir die Suppe hier die ganze Zeit Das ist so eklig Dass das da runter läuft die ganze Zeit Verdammte Damit kann man natürlich auch die Tür öffnen Ist da noch irgendwas drin Wie das geht nicht Okay Das könnte schon zu viel sein Wieder Steuerrohung Ich bin ein Schlauskirchen Ein ganz Schlauskirchen Also meine Mutti sagt Ich bin ganz besonders Okay Okay Eine gruselige Puppe Hallo Gruselige Puppe Und Feuerzeug Nice Aha So Jetzt licht ich wieder an Ja Ihr müsst entschuldigen Manchmal Aber diese Wärme Oh Gott Da ist das Gehirn gleich Das Gehirn gleich Matsch Allerdings Ich weiß auch nicht Von wo kam ich denn Wo kam ich denn Von da kam ich glaube ich oder Ja genau Von da kam ich so Hallo Backbends Degradle Z Aha Meine spätere Munition Wie es scheint Zwei Okay Komische Bilder Genau solche Bilder Möchte ich in einem Wartungssaal sehen Genau solche Bilder Das beruhigt mich natürlich Bevor Der Doktor Ich weiß gar nicht Was der hier macht An mich Umher Doktoriert Natürlich Natürlich ist der Automat ausgefallen So der Automat Mitten hier drinnen Natürlich funktioniert er nicht Mitten hier in der Wärme Alles klar Hört sich an als Safe Room Irgendwie gerade Risen Evil Safe Room Okay Ich gehe nochmal an den Flutter weiter Vielleicht Darf ich irgendwas übersehen john Bis K coordinate Ist Es geht Not Unter Den thanks Und Has Ja, bevor ich da lang gehe, gucke ich nochmal hier oben nach Da ist eine Tür, okay Wie groß ist das denn? Da verlaufe ich mich ja Okay, ein A Boah, zum Glück ist sie zu Ein Raum weniger, okay, gut Also Atmosphäre an sich schon echt gut, muss ich sagen Auch Grafik auch sehr gut bis jetzt Der Charakter passt noch nicht so wirklich ins Bild, finde ich gerade Ah, ein Schlüssel, der vierte war was Okay Warum haben wir das Schloss mitgenommen? Und bei dem fehlt was, okay 0,5 Also ich weiß auf jeden Fall, wo ich den Schlüssel benutzen kann Aber es bringt mir nichts, wenn da irgendwas drin fehlt Ist ja schon wieder echt unpraktisch Boah, da kann man reingehen, oh Gott Keller Ich bin nicht in den Keller Ja, na klar Ja, na klar Da, da ist irgendwas Auf dem Rollstuhl vor allen Dingen Gleich da lang, nur jetzt da lang Egal Ich gehe immer da lang Gott, das ist ja uncool Okay Okay Boah, ich will gar nicht weiter gehen eigentlich Da lang oder da lang Ich gehe da lang Uh, zum Glück verschlossen, alles klar Gut Boah, ist mir warm Und ihr wisst gar nicht, wie warm mir gerade ist Oh Gott, was ist das? Oh Ah Ah Alter, was ist das? Was ist das? Oh Gott, es will Natürlich gibt es einen Crazy Pastor Wie bei Outlast Also ist irgendwie da ein Virus ausgebrochen Eventuell oder Das Böse ist einfach herbeigekommen Oh, unsere erste Waffe Schön Schön, okay Gut, also Waffe ist schon mal da Sehr schön Okay Ich kann aber bloß Ich kann, glaube ich, nicht beides nehmen, oder? Ne Okay Also, okay Entweder Feuerzeug oder Waffe Alles klar Boah, da geht ein Spiel da lang, glaube ich Der Brecheisen Nehmen wir auf jeden Fall mit Okay Wir haben ja hier einige Schlösser zu knacken Auf dem Weg Ich suche eigentlich noch was anderes, aber Und zwar bei dem Schlüssel Da fehlt ja noch was drin Ob das denn hier irgendwo zu finden ist Vor allem hier kommen die Monster jetzt nicht rein Aber klar Was ist das hier? Die Armee, der schrecklich, ne? Okay Boah, oh, der Licht ist ja schrecklich Was will ich hier? Also, irgendwas blinkt da oben, aber Ich muss da Verdammt, Alter, was mache ich hier? Oh, ich habe die Tür aufgemacht Okay, sehr gut Okay Schon mal gut zu wissen Oder auch nicht Sag, die Kamera ist noch da Okay Okay Steht drauf Zehn 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 Zeh 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 Was? Was? Zeh 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 verloren Ach, der geht wieder zurück auf 9 einfach. Oh Gott, Alter, was ist los mit mir heute? Okay, alles klar. Also, wenn ich auf Start drücke, geht der zurück auf 9. Das heißt, ich müsste generell 11 machen. Und wenn ich 11 mache, dann bleibt der auf 10. Meine Güte, das Gehirn ist schon so weich gekocht hier heute. Das glaubt ihr gar nicht. Das heißt, ich muss mindestens auf... So, jetzt aber. Kennt ihr das so, wenn es richtig warm ist, so in der Bude und ihr denkt so... Mein, das ist noch ein Rätsel. Oh Gott, das will. Oder irgendwelche Hausaufgaben oder sowas. Das Gehirn ist schon total so im Schmelzmodus und Konzentration ist gleich null. Tada, es ist vorgezoniert. So, da jetzt ja hier mehr Licht ist... Sind ja auch bestimmt mehr Monster. Und die anderen Türen müssten jetzt alle auf sein. Boah, die Türen, die gehen ja alle nur elektrisch auf. Mal gucken, ja. Okay, die Türen funktionieren. So, wer wird das Maul haben, ja, hä? Auf jeden Fall liegt da schon mit Munition. Okay. Den wir natürlich gerne mit. So, die andere Herzklappe. Äh, Komplation. So. Bestimmt soll ich da das Herz reinmachen. Aha, 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 aha. Okay. Ja, gut, ich würde sagen, das machen wir einfach später. Und zwar... Wir gehen jetzt mal zum Warteraum erstmal. Im Warteraum, da gab es ja auch noch eine Tür, die elektrisch verschlossen war. Und zwar hier, so. Es ist ja zwei. Hallo? Hallo? Noch einer ohne Führerschein, ja. Wie läuft der noch? Da war aber noch einer gewesen, oder? Da, 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 da war doch noch einer. Erstmal durchrennen. Munitionmangel. Ah, okay, 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 okay. Gut, den Schlüssel haben wir schon mal komplett, alles klar. Was haben wir hier? Da hat jemand einen Help reingemacht. Okay, gut. Boah, kämpfe ich oder laufe ich? Das ist ja echt mies jetzt. Neun Schoß, mit neun Schoß kriege ich das Ding niemals Platte. Das heißt, ich muss hier laufen. Oh. Jetzt steht das direkt davor. Jetzt steht das direkt vor der Tür. Warum steht das jetzt direkt vor der Tür? Das packe ich jetzt nicht. Ja, ich kann es schaffen. Puh. Hat er einfach den Weg versperrt. So, hier jetzt. So, hierfür brauchen wir den Schlüssel. Alien, Finks und keine Ahnung. Eine Biene. Ja. Okay, gut. 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 Okay, ich habe es mal auf der verkehrten Seite gemacht. Aha, Open the Dauer. Ich habe es irgendwie auf der verkehrten Seite gemacht, einfach. Stock Ducey wieder natürlich. Wie soll es auch anders sein? Keine Munition hier. Mann, 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 Mann. Ah, First Aid. Sehr gut. Ich wollte gerade fragen, können wir uns hier nicht mal heilen oder so? Aber es sieht eigentlich noch ganz gut aus. Orange, der Brei ich. Okay, das bringt mir erst mal noch wenig weiter. Okay, aber gut. Okay. Mehr ist hier nicht. Das ist so traurig. Dass ich das nicht gesehen habe, ne? Dass ich das nicht gesehen habe, ne? Dass da ein versteckter Eingang ist, ne? Das ist schon wieder so heute. Weiß ich nicht. Ach, hört auf einfach. Hört einfach auf. Ah, dass ich das nicht gesehen habe, dass hier noch ein versteckter Raum ist. Das ist schon wieder. Das ist schon wieder. Oh Gott, was ist das für ein Spiegel? Na klar kann man da reingehen. Ich gehe jetzt aber lieber nochmal zurück einmal. Ich wollte nochmal gucken, ob ich die Munition einmal habe. Ehrlich? Keine Munition hier. Keine Munition. Sehr gut. Nice. Ja, ne? Wir sind verloren, würde ich sagen. Ja, gerade. Ja. Boah. Da. Stirb. Der Monster. Verdammt. Ja, noch so. Okay. Danger, Alter. Verdammt. Alter, hier haben wir noch ein Medikit dabei. Es ist echt schlecht gerade. Was ist denn? Kein Medikit hier. Hör aber auf. Aber Munition natürlich. Geil. Gut. Gut. Okay. Okay. Kann man ja machen, ne? Also, das wäre jetzt ein bisschen komisch Aber Ich kann es mir irgendwie vorstellen, gerade in dem Moment Dass es jetzt Mit dem Herz da funktioniert, weil wir das bei dem Baby Eingesetzt haben, weiß ich nicht Macht für mich gar keinen Sinn, aber Jetzt ist es dazu Okay, ja, das ist gerade beim Baby eingesetzt, das Herz Und jetzt ist da das Herz wohl Reingeploppt, irgendwie, ich habe keine Ahnung Das ist mir zu kompliziert, gerade in dem Moment Und zu warm So So, alles gleiche Äh, komm, wir tun So, weiter geht's Da, was schreit denn hier so Immer noch Stockduse hier So, Alles klar hier! Das war's! Ich hab's geschafft! Hat zwar ungefähr eineinhalb Stunden gedauert, aber man muss sich dafür auch Zeit nehmen und so weiter. Und ich bin nicht gestorben! Geil! Weil es gab nämlich in diesem Spiel keinen Checkpoint. Wäre ich gestorben, hätte ich nämlich alles nochmal komplett von vorne machen müssen, so ungefähr. Weil es hatte, glaube ich, keinen Checkpoint gehabt. Geh ich mal stark von aus. Obwohl ihr Load Games steht. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, das war's mit Tormento Souls. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, Video liken, kommentieren, unten rechts Abonnier-Button raufclashen, dashen, smashen, damit hier nichts mehr passt vor mir. Game of Ben. Ich freue mich sehr auf das Spiel. Das kommt ja für die Playstation 5, Xbox Series, XS und auch für den PC. Also für Playstation 4 und Xbox One leider gar nicht mehr. Ich habe einen PC in dem Sinne, freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und ja, schreibt mir doch mal in den Kommentaren rein, was ihr von diesem Spiel haltet. Und ich wünsche euch noch einen schönen, warmen Tag. Bleibt gesund. Flauschig. Und natürlich bis zum nächsten Mal ein bisschen hin. Immer schön weiter zocken und haut sie rein.